Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf diesem Kanal zu einer neuen weiteren Folge Biberfelde für Mörn C4. Wir freuen uns, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Für diejenigen, die noch mehr von unseren Inhalten denken möchten, haben wir eine ganze Playlist mit Folgen zusammengestellt. Unser Kanal bietet ihr doch auch nicht nur diese Serie an. Ihr könnt auch andere Projekte wie Binderberg, verschiedene Mods oder Lüdenscheid, Behaviourfield oder Biberfelde für Mörn C5 entdecken. In der Videobeschreibung findet ihr alle wichtigen Informationen, sei es zu unserer Präsenz in den sozialen Netzwerken oder zum Download. Ja, so Leute, dann geht es jetzt auch mal los und dann gucken wir mal, was uns hier heute schön ist. Wieder im klassischen Original. Es wurde ein Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge gemeldet. Fahrzeug 31. Biberfelder wartet. So, da haben wir schon. Fahrzeug 31 hört. Rüstung möchte ich hier haben. Dann möchte ich... ...einen Streifen wagen. Noch einen Streifen wagen. Und hier einmal... ...das komplette Kommando einmal hier hängen. Dann möchte ich noch... ...den Notarzt. So, die Kräfte sind schon unterwegs. So, der kann sich dann hier hinstellen. Einmal hier den Verkehr umleiten. So, ihr dürft euch dann mal hier ein bisschen geordneter aufstellen. Ben unterwegs. Fahrzeug 47 hört. Fahrzeug 26. Fahrzeug 26. So, einmal... ...hier hin. So, du darfst dich einmal hier hinstellen. Fahrzeug 47 hört. Einsatzleitung. Einsatzleitung darf sich in dem Fall einmal hier hinstellen. Und den Notarzt. Einmal da hin. So, ihr dürft einmal absitzen. Du darfst dich hier mit Rettungsschere ausrüsten. Hier dürft ihr euch doch lieber... ...hm... ...doch lieber... ...ja... ...fahrzeug 47 hört. So, ich brauche... Ach jo, das ist der. Okay, dann dürft ihr euch einmal... ...hier hinstellen. Hier hinstellen. Du darfst dich einmal... ...fahrzeug 38 hört. So, hier hinstellen. Was gibt's? Einmal hier ausrüsten. Mike? Höre, auf dem Weg. Alles klar. Und einmal... Was gibt's schon unterwegs? Alles klar. Hier halten. So, du darfst da hin. So, du darfst da hin. So, einmal hier die Rettung einleiten. Du darfst hier auch einmal die Rettung einleiten. Und dann würde ich hier gerne noch mal einen Screenshot machen. Ohne den Baum bitte so. 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 Dann haben wir auch... Zack. So. 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 who. So. 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 Oh, die beiden dürfte ich schon Besen ausrüsten. Und du darfst dich auch mal hier hinstellen und du darfst dich auch mal hier hinstellen. So, den können wir quasi abtransportieren, er kann einmachen, der kann quasi einmachen, aufsitzen, gucken, ob wir die Notärztin brauchen, wie sieht's hier aus. So, dass wir hier mal den Streifen warten, damit wir hier mal... So, ihr dürft auch mal einrücken. Gucken wir mal, ob wir hier noch eine Notarztbegleitung brauchen oder ob das ohne geht. So, du darfst hier, du darfst da... Hier seid soweit alle frei, das haben wir dann auch schon mal. Hier brauchen wir einen Notarzt. Und hier könnt ihr... Auf dem Weg. Ja. Höre. Schon unterwegs. Im Prinzip hier einmal abstrauen. Oskar. So. Was gibt's? Schon unterwegs. Höre. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Alles klar. Auf dem Weg. Und haben wir den wirklich gerne abschleppen lassen. Ja, bin unterwegs. Ne. Dann haben wir hier soweit alles. Ihr könnt hier wieder aufsitzen. Hier könnt ihr auch aufsitzen. Hier kommt einmal höher. Fahrzeug 1. Fahrzeug 47. So. Können wir mal gucken, ob wir hier noch einen Einsatz reinkreten. Hier habe ich nur eine kleine Verkehrsmesskontrolle aufgebaut. Oskar. So. Gucken wir mal, ob wir hier ein wenig erhöhter Geschwindigkeit... Hier habe ich auch noch ein paar Kräfte hingestellt. Höre. So. Da haben wir gleich noch den nächsten. Huch. Was ist denn hier los? Delta. Schon unterwegs. Delta. Schon unterwegs. Das ist schön. So. Die werden abtransportiert. Okay. Dann können wir hier den nächsten Einsatz freigeben. So. So. Was ist mit dem? 7. Höre. Golf. Ist da irgendeiner festzunehmen? Auf jeden Fall. Nee, die kann ich alle hier festnehmen. Okay. Hä? Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Osano. Mike. Wo hat die Person den Schlaganfall? Hier hat sie den Schlaganfall. Der RTW darf direkt durchfahren. Auf dem Weg. 22. coldest. ex Benton. 20. 22. 20 23. 23. 22. Gebäude brandt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie her. Los geht's. Ja, haben wir direkt vor der Wache in den Einsatz. So, du darfst dich dann einmal direkt da hinstellen, du darfst dich hier hinstellen. Und du darfst dich hier hinstellen. Und du darfst dich hier hinstellen. So, einmal hier alle drei mit. So. So, dann wird das ausschauen. Ich seh's hier. Ich seh's hier mit dem Schlaganfall aus. Ich seh's hier. Ich seh's hier. Könnt ihr dann mal den Abtransport reinhalten? So. Und... Ach, nein. Abbauen. So, runter damit. Ab und hier. Zack. Und einrücken. So. Und ihr rückt auch einmal. Ja Leute, dann haben wir es für heute auch geschafft. Ich hoffe mal euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. So. 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 So.